einen wunderschönen guten abend liebe zuschauer herzlich willkommen hier im pausenhof der grundschule zu böhl es gibt eine neue aufgabe hier beim verspäteten adventskalender allerzeiten und das ist die tür nummer 19 am besten wir schauen endlich mal rein dass sie endlich mal aufgeht es hat mich doch gleich gewundert dass es heute hier zur grundschule in böhl geht ja es gibt eine neue aufgabe und das erste mal bei diesem verspäteten adventskalender allerzeiten ist eine sportaufgabe dran dort drüben gibt es einen spielplatz direkt neben der grundschule und dort heißt heute meine aufgabe springe von der einen seite des klettergerüstes auf die andere also ich muss von dem einen balken von dem klettergerüst auf die andere seite in dieses netz reinspringen also quasi ein tatsansprung wir sehen das klettergerüst gerade eingeblendet von der einen seite auf die andere seite in das netz reinspringen und ich darf den boden dabei nicht berühren der abstand zwischen der einen seite zu anderen wird 2 meter 80 betragen mal schauen ob mir das jetzt gelingt ein tatsansprung in das netz auf der anderen seite ich darf den boden nicht berühren top die wette gilt dann ja 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 Eine sehr spannende Sportaufgabe war das heute. Am Ende war es ein bisschen knapp, denn es war ein bisschen schwierig, sich mit den Händen da festzukrallen. Auf der anderen Seite, dass man also nicht das Körpergewicht verliert und auf dem Boden zurücksack. Durfte den Boden ja nicht berühren, aber gelungene Aufgabe. Eigentlich wollte ich dafür meinen zweiten Joker einsetzen, doch der wollte das irgendwie nicht springen. Der hat irgendwie Angst davor gehabt. Aber egal, wir schalten in ein paar Stunden schon wieder zur nächsten Tür hier beim verspätesten Adventskalender aller Zeiten. Sollten Sie auch wieder dabei sein, ansonsten einen guten Abend. Machen Sie es gut. Servus hier von der Grundschule. Machen Sie es gut.